Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, viele haben eine Neuigkeit, das vom 12.03.21 Uhr, 45, das Aus für Playstation Mobile. Sony stampft Spieleplattform ein. Das heißt also, ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, dann für die Adronid Handys oder für Playstation Vita, euch vom Playstation Store Spiele herunterzuladen. Endgültiges Aus am 10. September. Die Neuigkeiten trafen erst vor wenigen Stunden ein. Chip.de berichtete ebenso über das, wie gesagt, Sony wollte eigentlich mit Adronid und mit iOS konkurrieren, hat sich aber nie wirklich durchgesetzt. Auch Gizmo.de berichtet, bye bye. PSM Sony stellt Playstation Mobile ein. Man kann sich hier auch diesen Bericht vom Christian Shuttle anschauen. Der Bericht ist von 12.03.17.39 Uhr, 10. September. Also stellt das eben diesen Playstation Store Mobile ein. Ein kurzes Video, kurze Information von mir.